So, hallo ihr kleine Römer und herzlich willkommen zurück zu Dead Island mit dem Felix, dem Marker. Und das war's doch schon, mehr ist hier gar nicht da. Ne, der ist unwichtig, der muss ich ja im jeden Fall. Ja, okay. So, was ist jetzt mit dem Quest? So, wir haben jetzt mal Autoteile besorgt und heute machen wir was anderes. Was haben wir denn auch für Nebenquests? Gucken wir doch mal. Guck mal, ja, ich bin schon mal gucken am Questen, ähm, Hauptquest ist Zeitutschlag. Hauptquest ist Zeitutschlag. Ne, das habe ich gerade gesehen. Eine Tasche, ne, wir machen mal Aufsendung, oder? Was müssen wir da machen? Rede mit Dominik. Okay, wir machen das mal. Hilf Mike und Dominik. Aufsendung, ne? Okay, Markgat schon und Felix muss noch aktivieren und dann ist es. Achso, äh. Weil es funktioniert leider nicht so wie in Borderlands. Ach, guck mal, das sind nur 35 Meter. Ich glaube, das kriege ich nicht. Ah, hab's jetzt angekriegt, jetzt muss das ja aktiviert sein, oder? Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen, glaube ich. Ja, genau. Wie? Ja, doch, wenn es ist noch aktiviert. Blutrausch. Dann müssen wir irgendwie nochmal hoch zum Dominik. Ja, warte mal, ich habe gerade einen Stufenaufstieg bekommen. Oh. Warte mal, du kannst mir Schaden aufschützen. Ich bin doch schon mal bei Dominik und warte hier auf euch. Ich habe doch ein Upgrade. Markellose Klingeln, oder warum nicht? Okay, jetzt habe ich keinen. Äh, wo ist der Dominik? Oben? Hier hinten, hier, hier. Oben, oder nicht unten? Oben, okay, warte mal, lass mich mal mit dem reden, bitte. Ja, 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 ja. Weil Aufnahmen und so, oh, falsche Richtung, Moment noch, ich bin gleich da. Augenblick, hab's gleich. Was ist denn eigentlich diesen halben Streitkollmer? Ähm, von dem Händler. Hä, wo ist denn der? Ja, da! Oh. Hey, Dominik. Habe ich gesehen, wusste ich. So, ich habe am Aufstieg bekommen. Wir brauchen ein Signalamplifier, um den Stufenaufstieg zu entfernen. Oh, klar, sicher, machen wir das. Ich habe zwar nicht geguckt, was es geht, aber okay. Na klar, ist okay, ist okay. 323 Meter? Kann das jemand anderes machen? Das ist ein bisschen zu weit. Nein, okay, lass mal losgehen, was? Äh, eine Antenne oder so, sollen wir besorgen, ne? Das finde ich jetzt doof. Kann ich nicht einfach einen von den PCs auseinanderschrauben, dann kann ich seinen Verstärker da bauen. Oh, ich bin magisch, muss ich mit dir klug schreißen. Ja. Wir brauchen so viele Kondensatoren und Spulen. Das stimmt für dich. Warum haben wir jetzt die Dreianzeigen? Ah, ne, seid ihr oder wie? Ah, okay. So, 340 Meter, warum sind wir noch... Achso. Ja, das geht doch. Ja, irgendwie ist hier gerade alles Zombie leer. Es ist super spannend. Dead Island, Zombie Slasher Game. Doch. Da, da ist ein Zombie. Der stellt mich auch. Hey, ich habe Geld gefunden. 14 Dollar. Ich habe 14 Dollar. Ebst du hier? Einfach mal gegentreten. Was gibt es hier, Mülleimer? Nicht. Wenn sie sich werfen, wenn sie dann aufstehen, sind sie Zombie. Sind sie nicht aufstehen, sind sie okay. Okay, sie sind okay. Da ist ein Zombie. Ich habe 23 Dollar gefunden. Erste Zombie heute. Oh, yeah. Wo denn? Wo denn? Ich will auch mal drauf hauen. Oh. Ah, ich will auch mal auf den Arsch gekloppt. Oh, je. Sonst. Lepp steht wieder auf die ganz kranke Lesben-Action. Was ist ein Problem damit? Nein. Das ist gut. Ja, ich muss das für meine geile Figur tun, Bitch. Was wird verbraucht? Ja, ich habe keinen Zombie damit zu schlagen. Ausdauer beim Kampf. Kann ich überschlagen? Achso. Scheiß, komm. Schau, da. Ich habe den Kopf kaputt getreten. Ach, das ist ein Zombie. Das wäre Felix. Ich dachte auch gerade, das wäre Felix. Ja, guck mal. Aber Zombie und Felix sind echt zugleich. Guck mal. Guck mal hier. So, wirklich das Gesicht. Ja. So, okay, lass mal weitergehen hier und so. Oh, guck mal, da frisst jemand einen anderen Zombie. Lass mal den nur totschlagen. Gefällt mir nicht. Mir gefällt sein Gesicht nicht. Hier ist auch noch einer. Hier. Einer? Ich habe hier ein paar mehr auch gerade. Nee, ihr seid an einen Kopf reingegangen. Ja, du sollst auf den Kopf schlagen. Auf den Kopf. Genauso. Genauso. Oh, sechs Dollar. Sechs Dollar. Wuh. Das ist auch noch einer. Nutze mal die andere Waffe. Ihr habt nichts anderes. Nee, nee, ich meine mich. Wo ist denn das Scheiß-Messer? Ich hatte doch ein Messer. Wo ist mein Messer hin? Okay, dann geht es. Geh mal ins Inventar, da kannst du dir ja neu hin. Ich muss jetzt mit dem Kampf natürlich. Wo sonst? Ja. Du stehst nicht mehr auf, du blöde. Bitch, du. Interface, neues Upgrade. Na, jetzt ist aber... Na, Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Ich kann mich umbringen. Irgendwo bräuchte ich ma... Lass mal, ich muss mal ganz kurz ins Inventar. Ob, sei mal falsch in der Tasche. Halt, halt, halt. Inventory. Ich hab ein Telefon gefunden. Sehr schön. Oh, je. Nee, den will ich nicht. Hey, mein Fernseher geht aus und ich weiß nicht, wo, Sepp, meine Fernbedienung nachfallen. Gar nicht, das ist jetzt dein verfickten Stuhl, du verfickter Fickifick-Fick. Cool, dass du das weißt. Ja, weil ich es da hingedenkt habe. Markelose Klingel. Sag doch, du hast es weg. Hört den Schaden mit allen Schafenwaffen, 15%. Na, das habe ich gut gemacht. Habe ich sogar mal richtig ausgewählt, aber ich nie lese, was ich mache. Ey, Motorteiler. Ey, wartet auf mich. Felix, du bist auch mal ein bisschen die Umgebung erkunden, während wir hier längs laufen. Ja, ähm, ich verliebe das Sandhaus. So, schauen wir, ob man irgendwelche Häuser rein kann und so. Und den Zombie da unten angucken. Warten wir nicht schon mal hier oben. Nein. So weit nicht. Definitiv noch nicht. Guck mal, es sind immer noch Zombies, die sich umgehört sind. Oh, guck mal, ein blutiger Pool. Nein, die Zombies, die respawn doch auch. Oh, ein blutiger Pool, das ist bestimmt. Oh, ein blutiger Pool. Das ist bestimmt nur. Oh. Das ist Punsch. Irgendwie bräuchte ich mal ein bisschen Energy. Hey, Zombie. Auf den Arsch kloppt. Auf den Kopf, du scheiß. Ja, die treffe ich, das ist ein Punkgeweg. Ja, Fläserbank, hilf dir mal. So, ist tot. In deine Eier treten. Das ist ein kritischer Betan. Kein gewohnt was. Hallo, warum ist das denn jetzt? Hop, hop. Ich habe den voll in die Eier getreten und da kam ein kritischer Schaden. Kann man sich irgendwie verteidigen? Oh, ich habe im Kopf geschlagen, bin ich geil, Mann. Oh, 21 Dollar. Das war sogar ein reicher Vollidiot. Hey, Impulers Blut. Er hat einer 7,50. Das muss man fahren gehen. Hier ist ein... Was ist denn da? Oh, da ist irgendwas. Woher ist jemand denn eigentlich? Na ja, hauptsache ich hab was. Mark, immer einfach mal dagegen treten. Braucht er auch Sauer. Ähm, ja, was ist denn hier? Toll, Mark, hier ist überhaupt nichts. Mensch, man bespricht so tolle Sachen wie... Oh, guck mal, dass es in die Häuser geht. Oh, hier sind es jetzt auch nichts, Leute kommen. Nee, 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 nee. Er hat sein Arm verloren. Er hat alles verloren. Ha, lustig. Oh man, wir sind ganz psychisch hoch. Wartet mal auf mir. Warte, Felix, ich hätte dir. Hier kann man aufpressen. Der hat seinen Kopf verloren, guck mal. Natürlich, weil ich ihn abgeschlagen habe. Ich hätte so geil bin. Richtig auf. No. Au, au, au. Ich brauche Energie, ich rabass. Hier ist jemand, hier ist jemand. Er hat meinen Überlebenden gefunden. Felix, er hat eine Waffe. Und der Leuchtturm wurde gesichert. Also da sind Menschen drin. Oh. Das ist ganz toll, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, seid ihr schon wieder? Ich bin tot. Im Himmel. So, warum? Oh, ich habe noch einen Storn davon. Na, weil ich erschlagen wurde? Weil mir danach war. Der hat den tot. Weil ich einfach mal in den Himmel wollte. Der ist ein Überlebender. Lass mal erschlagen. Ah, geht nicht. Ach, halt doch die Fresse. Hey, eine Riesentruhe. Dietrich, Stufe 1, würde ich so toll. Das hat natürlich wieder keiner. Ich glaube, wir sollten mal auf Felix-Demmen gehen. Jesus Christus. Ich bin schon tot. Achso. Ah, dann ist ja alles okay. Ach, scheiße. Hä? Ich habe aus Versehen eine andere Waffe aufgenommen und habe meinen Hackeball jetzt nicht mehr. Schade für dich. Ich habe gar keine richtigen Waffen. Die gehen bei mir alle nach fünf Schlägen kaputt. Dann musst du sie mal upgraden. Ja. Wo seid ihr? Ich habe, bevor wir losgegangen sind, bevor ich aufgenommen habe, nur mal voll upgraden. Ja, wir kommen ja jetzt schon. Aber hat jetzt nichts mehr. Geh'n mal aus dem Weg, Mark. Mensch. Das macht nochmal Platz für die Evolution hier. Evolution, ja klar. Man muss ja diesen Stahl retten. Auch wenn ich nicht bin, aber trotzdem, ich sage schon mal. Ey, da fünf Schläge ist mein Messer total krumm. Aus was bestehen diese Zombies? Metall? Stahl? Blei? Gummi? Sonst aber so verheißen wir mal fangen mal. Oh, erstmal erstmal baden gehen. Wie können wir das nochmal duppen? Seit wann können Zombies baden? Seit dem inoffiziellen Zombiesbadetag. Ja, ich komme schon mal. Wir haben noch einer um die Ecke und der hat mich so ein bisschen... Ja, ist kein Problem. Das hat mich ja da, ne? Boah, ich hab'n voll in die Augen gestochen. Mach' Spaß. Und dir steh' ich voll in die Arsch. So, hier, frech' doch mal die Tür auf. Ach, hier, das war's. Ich bin gestorben hier. Ja, dann mach'n wir mal, Mark. Ich weiß nicht, wer das von euch beiden ist. Sorry. Mark, ich bin dabei, ich bin getrunken. Jetzt ein Typ. Ne, ich hab' den von den Arsch gestochen. Mark, äh, sep, sep, sep. Reden mich. So, ich hab' mit dem Reden. Hallo, Luke. Please. Insulin? Ach so. Nehmen wir's oder geht mir's dem? Nee, wir sollen's zu seinem Bruder bringen. Ach, was du nicht sagst. Ja, okay, wie ich nehm's mal. 500 EP. Oh, wohl nicht. Ja. Ja, ja, und du bleibst ja auch hier, oder was? Zu viel Zucker. Er hat zu viele Schokorie gegessen. Oder zu viele Energy Drinks getrunken. Ja. So, wo ist ein Bruder? Hunger nur 24. Wir müssen jetzt mal gucken nach den Zahlen, ne? Glaub ich. Ich grad überlege, hat sich das Ding jetzt zur Hauptquest gemacht, oder nicht? Ne, 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 das ist immer noch die andere Quest. Aber wir gehen halt in die total falsche Richtung, deswegen. Ne, ne, ne. Was ich gesagt habe, die Questmarkierung ist nicht gerichtig. Nein. Ja. Geht mal hier hoch. Die Questmarkierung sagt, jo. Sepp, du hast... Ach, ich hab' wahrscheinlich die andere Quest. Aber warte mal, lass dich das schnell doch abgeben. Ja, du hast jetzt die Quest, da du die angenommen hast, dass du die andere... Ja, lass dich doch schnell abgeben. Alter, die hat mich voll weggetackelt, Alter. Ich schaff das schon. Ich überleb das. Hoffentlich. Bam, 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 bam. Oh, mein Controller spielt wieder verrückt. Ach, da. Okay, hier waren wir noch nicht. Fuck. Okay, das schaff ich trotzdem. Ich mach das. Ich pack das. Ich renne einfach durch. Ne, he, he, he. Oh, Alter, wer bescht mich denn immer zu weg? Zombies. Hier ist ein Auto, was man fahren kann. Und das ist wieder jemand, der Hilfe braucht. Och, Mann, sind alle kacke hier. Schafft ihr denn keiner was alleine? Merk, schmerz, schmerz. Fuck, fuck, fuck. Ich hab' Reiniger bekommen. Nein, ich hab' bekommen. Aber müssen wir nicht da hinten nennen? Au. Ja, dann müssen wir lang. Fuck, 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 ich bin im Arsch. Oti. Felix. Irgendjemand. Helft mich. Ich will selbst wieder hinrennen, ey. Ja, natürlich, ich will die Gäste füllen. Okay, ich glaub' ich hab's. Fuck, 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 zombies. Tür, wie geht die Tür auf? Selbst, komm her. Wie geht die Tür auf? Ich hab' ein volles Inventar. Na, schön für dich. Ich hab' volle Invent-Zombies. Oh, 126 Dollar. Vielleicht ist da was drin. Ja, ach, was du nicht sagst. Ich kann Fähigkeiten-Skillen. Ja, stimmt, das kann ich auch noch. Wo macht man das nochmal? Ähm, Inventar bei Fähigkeiten. Oh. Ficken, meine Waffen sind auch kaputt. Ah, ich dachte in der Kleine. Ich hab' den Kasten von Stumpfen-Waffen, oh yeah. Alle meine Waffen sind down. Ich bin ja echt der Marsch. Wie komm' ich überhaupt zu dem... Du weißt, du weißt... Na, der bei dem Typen. Den wir retten sollen. Wie komm' ich denn da hin? Ja, laufen. Da fährt kein Bus. Ja, woanders. Ich hab' ja gesagt, ich will das doch schnell machen. Ich, 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 ich glaube, wir haben gerade seit fünf Minuten so'n Zombie zusammen, Alter. Mit einer Stumpfen-Waffe. Äh, komm her. Nein, da ist ja noch einer. Oh, fuck it. Mach mal kurz meine Quest auf deine Quest. Ja, bitte. Schnell. Ach, schnell. Ist noch ein Zombie. Ich komme. Komm. Aua. Mama. Ah, da ist ja noch eine. Du wolltest alle so hübsch sein wie ich. Moment, was? Ja. Ich krieg' die Tür auch nicht auf. Okay, sie lassen mich in Ruhe. Was denn? Ich will doch mal. Ja, wie denn? Ich hab keine Waffe mehr. Ah, mit den Feuchten. Ja, das funktioniert nicht. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwie eine Waffe habe. Ja, Besenstiel. Ich kann den nicht nutzen. Ausrüsten. Warum funktioniert der Scheiß nicht? Ah, okay. Ich hab' einen Besenstiel. Das wird schon hinhauen. Oh, Seb, ich bin gleich down. Ja, ich helf dir. So wegen dir. Wie, wieso wegen mir? Ich hab' auch keine Waffen gehabt. Ja, ich bei euch. Ja, hilf mir hier, Mark. Ach, ach, ach. Ich hab' extreme Ausdauerprobleme bei dir. Okay, es ist tot. Ja, hoch, ich bin hier hergeraunt. Ah, wieso macht man das? Oh, jetzt ist die Tür offen. Guck mal, jetzt kann man da reingehen. Autsch! Der Vogt von hinten hat er mich runtergeschlagen. Okay, lass' ihn suchen, den Typen. Der ist hier. Ich hab' ihn. Hier, dein fucking Insulin, du Bitch. Ach, was du nicht sagst. Ja, ich hab' ihn. Ja, danke, dass mir auch ein Übrig bin. Nur um mein Gott. Da, nehm' dir. Okay. So, nehm' dir. So, nehm' dir. So, nehm' dir. Nein, draußen ist so'n großer Hammer, aber das nützt mir nicht. Ich bin Typ für Lashing. Das Lashing. Ich kann mal schauen, ob ich noch welche mit dem Inventar abgemacht ist. Irgendwas, hier ist noch ein Stink Felix, wenn du willst. Ja, ich hab' den Messer für das Lasheln, egal was, ich nimm's. Ja, dann benötigst du noch mal welche was, du kannst nicht mal nehmen. Aber mit dem kannst du auch nicht. Der war. Ja, okay. So, handeln. Ähm, an, 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 an. Wie ist das? Gib, 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 gib. Ups, das Paddel, das wollte ich dann. Warm, Alter, ich hab' den Ball da runtergeschossen. Äh. Äh. Ich hab' einen Ausweis gefunden, das ist n' Sommerflücken. So, mehr scharfe Wassenhafen hab' ich nicht. Ja, wie kannst du das akzeptieren? Äh, Mandel akzeptieren unten. Ja, hab' ich doch X. Alle bestätigen. Alle, ja, jetzt geht's. Ja, wunderbar. Aber dann warten wir da, wirst' ich nicht mehr schnell. Stimmt wieder ne Stunde aufgestiegen, hm? Stufe aufgestiegen, die hab' ich nicht. Ohhhh. Welche Stufe seid'n' ihr inzwischen eigentlich? Okay, jetzt hab' ich noch mal so um die 5 oder sowas jetzt. Ich bin 6. Ich bin auch Stufe 6. Ach, sehr schön. Klappt das schon ganz gut. So, äh. Haha. Hier ist doch ein Pokal. Oh, warte mal. Den Pokal will ich haben. Hier gibt's nen extra Preis. Kann ich jetzt nicht einfach liegen lassen. Weiß, ich bin bedrugt von Zombies vorher wieder. Scheiße. Wir machen tot. Das ist geil, gell, wenn du bedrunken bist und du kannst nix machen. Hier ist ein Pokal. Ich geh mal zum Felix. Hey, ich hab' sie getroffen. Was ist denn der Pokal? Und fast bewusstlos geschlagen. Och, Alter. Hehehehe. Mein Geld. Ich hab' als Betrunkner ein Zombie getötet, ja. Oh, ey. Ach, mir lass' das mal noch. Nee. Nee, lieber nicht. Ich hab' die Chinesin vertragnisch. Ich hab' mir schon mal das Problem. So, was haben wir denn hier so? Ein Koffer, der im Besuch ist. Alter, der Tempel da drüben ist voll geil. Nicht Tempel. Nicht Tempel. Wo? Welche Tempel? Ah, nee. Hä? Haus. Ich bin draußen. Achso, das ist ein Haus. Ja gut, dann können wir jetzt... Es ist ein Haus. Ja, dann lass mal das beide machen, was wir jetzt machen sollen. Zum Läutern? Ja, genau. Also die... Ja. Ich aktiviere das mal fix. Das war auf Sendung. Ja, genau. Ja, dann nimm mal die Quest an. Also wir sind jetzt da lang hier auf einmal. Achso, weil wir von dort gekommen sind, oder? Muss hier lang. Okay, los geht's. Das sind wir noch markiert. Go, 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 go! Ein Wasserball! Den ich mir wieder nicht bewegen kann. Hier ist ein Auto. Hier ist ein Auto. Hey, ich kann ein Auto fahren. Mark, hier lang. Was? Ja, bei mir. Ich hab ein Auto gefunden. Aga, ich komm zu dir, warte. Aga, 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 Aga. Aga fährt tatsächlich von dem Auto. Warte mal, Aga. Aga! Der einzige von uns, der kein Führer fährt. Wir sollten ihn besser nicht fahren lassen. Alter, Aga. Na, ist das Auto schon tot? Kein Wunder, dass du keinen Führerschein in deinem Leben hast. Hier ist jemand. Du denn hier? Leute, hier ist jemand. Ja, mach'n doch tot. Ja, das hast du erst mal den Scheiß machen, nun. Ey, wir werden keine... Man, die scheinbar eine Quest haben. Ja, aber es kann eine ganze Weile... Wuaah! Wuaah! Felix, warte auf uns. Ich brauch' deine Hilfe. Ja, was geht denn hier, hä? Felix, warte mal. Mit wem soll ich denn... Ach, den... Wohin müssen wir denn eigentlich? Was denn? Irgendwie mit reinsetzen? Oder raufsteigen? Ja, geht noch mal. Warte mal, warte mal, warte mal! Liegen, gebiegene Wagen? Bringst du dir nie in die Halskette? Ja, natürlich, die Frauen, weil die das Schmuck haben. Mhm. Ne, ne, das war... Wo war ich? Ich weiß, die Halskette lag hier rum. Achso. Ich weiß, die wir noch hatten, da wollt ihr einen in der Halskette haben. Wissen die ja... Ja doch, fahren richtig... Warte doch mal auf die anderen! Ja eben, warte doch mal auf mich, ja. Ich bin doch hier am Pistern neben uns. Ja, warte auf uns. Ich kann nicht rückwärtschauen. Doch, tust doch gerade. Ja, aber... Du kannst nicht wirklich rückwärtschauen. Du kannst nicht rückwärtschauen, Mann! Ja. Scheiße. Ich glaube, ich habe, was ich in der Halskette habe. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was... Oh, der ist immer ganz vorbildlich. Ich komme mir da draußen und dass er denn dafür steht. Alter, die Steuerung, gell. Ich stehe nirgendwo in der Tür. Ich stehe hier bei mir an den Mitwestern. Ja, genau vor der Tür. Du bist sonst so hoch. Nein, ich bin hier bei dir. Dankeschön. Sie müssen wieder zum Leuchtturm. Ein weiterer James-Support. Ein weiterer James-Support. Ah, doch. Doch, 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 der Schatz. Okay, was heißt das jetzt? Müssen wir die mitnehmen, oder was? Du musst mit... Du musst da diskutieren, hier. Die muss ins Auto. Leute. Was ist das denn? Ich fahre nicht mehr weiter mit. Hier, komm mal mit. Lauf lieber zu Fuß. Ach ja, hau. Für die Quest brauchen wir aber das Auto, für die der Sepp gerade angenommen hat. Ja, kommt mal mit dem Auto zurück, Mann. Ja, kommt mal mit dem Auto her. Das Auto ist doch noch da vorne. Na, bring doch mal hier her. Ja. Kann doch auch herlaufen. Wir können die Quest nicht machen, wenn das Auto nicht hier ist. Ja. Also auch jetzt Marc. Soll ich das Auto holen? Nein, besser nicht. Lass Marc fahren. Okay. Ich warte jetzt wieder. Das muss ich mit der Steuerung klarkommen. Ja. Ja. Dann soll ich mal fahren. Ich habe einen Controller. So. 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 Du musst auch irgendwie wenden. Das machst du super. Komm, lass mich mal ran. Lass mich mal ran. Lass mich mal ran, hier. Komm, lass mal. Lass mal. Lass mal Master of Disaster hier. Guck mal her. Zeig dir mal was. Kann ich nicht einsteigen? Ah, jetzt geht's. Ach, X wahrscheinlich. Genau. Warte, ich muss noch irgendwie hinten drauf. Hey, Marc. Sollst du ganz gut steuern? Oh Gott, das ist ja noch nicht mal. Ich hab's links gesteuertes Fahrzeug. Oh Mann. Ey, da ist doch so ein Zombie. Hast du kein Zombie tot gefangen? Ja, jetzt habe ich keine Winschutzeiten mehr. Ah, okay, sie macht's gerade kaputt. Komm her, du Schlampe. Bitteschön. Einsteigen. Hopp, hopp. Was ist denn das jetzt hier? Ich steig nicht ein. Was ist denn, ich stehe jetzt mit dem Auto hier? Oh ja, ich steig mal aus und dann soll sie einsteigen. Oder braucht ihr mehr Platz? Was ist denn nur mit der? Warte mal. Ähm. What is happening here? Ja, ist doch wurscht. Ah, jetzt macht's sowas. Ja, weil ich ausgestiegen bin. Okay, dann kommst du drauf. Warte, dann lass den mal einsteigen. Ich steig ein. Anschließend. Bin drin. Felix, kannst du auch noch einen? Ja. Okay, jetzt wird's kompliziert. Ich seh nix. Sag mir mal, wo ich hin muss. Wartet mal. Wartet mal. Was denn? Der Felix ist noch nicht drin. Oh, ich bin schon drin. So, jetzt steht er auf dem Dach. Das passt so. Ja, genau. Wohin muss ich denn? Ich seh nix nach hinten. Du hast gerade Felix überfahren. Sorry. Wohin, Mann? Dreh doch einfach. Ja, wir drehen. Du bist lustig. Ja, so. Jetzt rückwärtsgang. Jetzt wieder vorwärts. Jetzt wieder rückwärtsgang. Ich steh jetzt auch da explodiert, bevor wir dort sind. Scheiße, ich häng fest. Warte doch mal. Warte doch mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... will ich hier eigentlich noch weiter drauf sitzen. Ey, mach doch besser. Warte mal, ich hab's gleich. Okay. Ich hab's gleich. Wuhu. Okay. Ja, weiß nicht. Ich lauf hinher oder so. Oder warte hier am Haus. Ich bin gleich wieder da. Tschüss Felix. Na toll, da gibt's nicht mal eine Handbremse. Das ist ein Bullshit. Ähm, Sepp, sicher, dass du richtig in den Stumpf hast? Zum inhab von nach drei Jahren. Ja, ich bin gleich ein ».